Hallo im Café Hollywood, bei uns zu Gast ist heute der deutsche Schauspieler Ture Riefenstein. Hallo Ture, schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Ture, kannst du uns erzählen, wie du nach Hollywood gekommen bist? Ich bin schon Mitte 90er immer wieder mal hergekommen und gependelt, mal für ein paar Wochen hier, mal ein paar Monate. Mache ich auch jetzt, ich nehme nach wie vor Schauspielunterricht, Coaching. Das ist in Deutschland sehr ungewöhnlich, wenn jemand so lange gearbeitet hat und dann sagt man, wie, was ist denn Schauspieler? Bist doch Schauspieler, machst das doch schon, hast doch schon so viele Filme gemacht. Es ist hier üblich, auch ein Leonardo DiCaprio, ein Matt Damon, die haben Personal Coaches, mit denen arbeiten sie. Was man machen muss als Schauspieler ist, man muss den Text ja verinnerlichen. Es muss aussehen, als ob du die Rolle bist. Und wenn ich da sitze als Russe, wenn ich sitze als Russe und die wollen, dass ich Russisch spreche, dann sitze ich hier und dann sagst du, was hast du für Geschichte? Dann musst du das machen, weißt du. Gibt es Unterschiede zwischen den amerikanischen und den deutschen Produktionen? Eigentlich nicht. Alle kochen nur mit Wasser. Der Unterschied ist nur, dass wenn man für einen internationalen Markt kocht, dann müssen die Pötte eben ein bisschen größer sein. Du standest schon mit Größen wie Michael Douglas oder Matt Damon vor der Kamera. Wie hast du dich dabei gefühlt? Ist man da aufgeregt? Sicherlich. Es ist schon sehr spannend, wenn du ans Set kommst und ich höre diese Stimme da und denke mir, das ist das, die kenne ich. Habe ihn aber nicht erkannt, ich habe ihn nicht gesehen, weil er ein Kostüm und Maske war und er sieht eben wirklich ganz anders aus als sonst. Und er hat mich dann gesehen und kam auf mich zu und sagte, hallo, ich bin Michael Douglas, wir haben eine sehr schöne Szene zusammen. Let's have fun, lass uns Spaß haben. Und der Matt Damon stand daneben und hat gegrinst und sagt, hi, I'm mad. Und es war alle sehr entspannt und die sind absolut professionell, charmant, akzeptieren dich für das, was du bist. Du bist besetzt für die Rolle und bist Kollege und bist nicht irgendwie, hey, ich bin Michael Douglas, wer bist du denn da? Also es war irgendwie ein sehr schönes Erlebnis, sicherlich ein Highlight und dann weiß man auch, warum man diesen Beruf macht. Wie flexibel muss man dann als Schauspieler sein, gerade hier in Hollywood? Man muss grundsätzlich extrem flexibel sein, also nicht nur in Los Angeles oder in den USA, man muss auch in Deutschland sehr viel flexibler sein. Es wird immer erwartet, dass man als Schauspieler verfügbar ist. Wenn du es dann eben nicht liefern kannst oder abgeben kannst, dann heißt das, ist nicht verfügbar oder hat es eben nicht geschickt und dann kriegt ein anderer den Job. Das heißt, es ist ein sehr, sehr großer Konkurrenzkampf, der international ist. Also das ist wirklich vollkommen egal, ob das jetzt USA ist oder Deutschland oder England oder Frankreich. Was mir wichtig ist in Produktionen generell, dass man einfach sagt, hey, man ist hier und hat Spaß und nicht im Prinzip, ja, wir müssen das jetzt machen und so einen Druck hat. Der Druck ist da. Aber das Schöne ist, wenn es dann losgeht, hey, entspannen und Spaß haben und sich freuen, sich freuen mit den Leuten, dass man das machen darf. Weil es ist ein Privileg, wenn man, vereinfacht ausgedrückt, spielen darf, Geschichten erzählen darf, wie früher am Lagerfeuer und davon leben kann. Vielen, vielen Dank, Tore, für diese ganzen vielen Eindrücke, die ich jetzt bekommen habe. Danke euch. Bis zum nächsten Mal in unserem Café Hollywood.